Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Advanced Adventure. Das letzte Mal als ich aufgenommen habe ist schon eine Weile her. Aber ich habe jetzt kurz meine Pokémon geheilt. Und dann müsste es eigentlich hier weiter gehen. Ich krieg den ersten Kampf. Den Pokéball dort müsste ich auf jeden Fall haben. Also und das Item besser gesagt. Da kann ich wechseln. Nein. Falsch hier. Übrigens wollte ich noch sagen, dass ich die Kämpfer jetzt speeden werde. So dass das alles ein bisschen schneller geht. Ich weiß es klingt jetzt nicht unbedingt gut. Gut aber. Das Projekt streckt sich etwas viel zu lange. Ich würde ja gerne noch anderes zu machen. Hier kann ich drin bleiben. Das darf ich doch natürlich nicht vergessen. Wenn ich speede kann ich irgendwie nichts drücken. Also zumindest nicht A. Ich glaube B müsste gehen. Ich teste mal B. Ja B drücken geht. Aber das spielt ja jetzt auch erstmal keine Rolle. Ich muss mich jetzt dran gewöhnt zu speeden. Das würde ich gerne noch besiegen. Ich habe jetzt übrigens den zweiten Bildschirm. Also ich habe den schon länger. Aber ich habe den jetzt angeschlossen. damit ich sehen kann wie lange ich aufnehme. Und damit ich nicht die Zeit verschwende. Also zu lange aufnehmen meine ich natürlich. Das muss der typ Boden sein. Ich muss jetzt mal auf so wahr. So. Bringts zu eher weniger. Ja bringt gar nichts. Ach tropios hat er noch den epitale. Wirst du da alles denn jetzt? Hm. Der 17. Ja. Nimm mich mal lieber weg. Weg. So. Dann gehen wir den hier kämpfen. Jetzt bräuchte ich die flug. Keine Ahnung tropios hat das eine flugattacke. Ich weiß es nicht. Äh ja. Hoffentlich hat es den flugattacke. Ach das ist ja typ Boden. Ja okay. Da drin habe ich jetzt nicht gedacht. Ich hoffe mal das Rockfall. Es bewirken kann. Wir nicht so viel. Oh. Oh. Ach er wechselt. Hm. Weit. Braucht drauf. Das kann sich jetzt etwas strecken. Aber deswegen speed ich ja. Okay da hieß die speed ich mir nix. Vielleicht wieso immer was drücken muss. Äh. 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 Der kann nicht doch. Der kann nicht doch. Der kann nicht drücken. Dann werde ich wohl. Taiwo. Keine Ahnung was das ist. Ach das Ding. Kabout. Pass. Sag und. Geht an mich. So. Dann muss ich wahrscheinlich hier lang. Noch so ein Trainer. Hm. es wird schon schaffen dann nicht die feld auf das tobias kampfschwäche hat ich habe es nicht gelesen aber ist sowieso ein kampf pokémon was also auszusehen ja okay das war jetzt eher feiern und schöner was sie doch nicht schön ausziehen aber hier scheint es erst später hinzugehen okay es ist falsch dann ging es doch dort oben lang muss ich den jetzt ich muss ihn wohl besiegen oder das ist wiederum gut ach ich habe das durch die kampf ach so sieht dann schon durch den kampf typ die wäsche wieder auf ist nur ein item ähm wie geht es denn dann lang ach mann anstatt dass er da drüber steigt ob ich komplett falsch bin das kann sein ich bin komplett falsch oder nein hier runter nein okay es war ja schon mal das nicht so erst nur so ein kleiner weg der richtige weg war aber anscheinend bin ich hier falsch ah nein oh mann ja ja tp ab was ist ist offensichtlich die 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 dann bin ich hier falsch ach da geht es ja nicht lang durch den knochen nein nein oder diese wege sind so komplex strukturiert versteht ihr macht gar nichts ja toll ich glaube ich will die mal wechseln und zwar und zwar auf Akane dann kann ich die hier besser besiegen also ging es hier lang hier lang hier lang bitte bitte nein habe ich schon pflanzen pokémon tropius ist das typ pflanze und weiß ja nie bei diesen spüren aber hier scheint für jeden fall falsch zu sein gut zu wissen auch wenn es jetzt eher zeitverschwendung war ja ja so also muss ich jetzt die arena machen habe ich schon mit dem geredet ich weiß auch nicht mehr ob ich das übersetzen soll weil es halt auch viel zeit kostet ähm ach so ist ja die arena das ist die arena da hab ich eine gute wahl getroffen ja da kann ich auch drin bleiben kann ich Akani etwas trainieren Magpie es geht auf jeden Fall schneller als sonst ist hier jetzt lang? ne hier liegt ein Stein muss ich wahrscheinlich auf die andere Seite ah ich muss dort rein aber ich will ja sowieso alle besiegen ich mein so schwierig scheint es nicht zu sein wenn man die richtige Attacke trifft durch das Speeden können halt auch viele Fehler unterlaufen aber naja jetzt geht es gegen Erika oder wie auch immer ok ey 24 das ist schon ziemlich hoch ok ja Glück gehabt es ist eine Feueraena ja das ist jetzt auch gemerkt das das herrschende Pokemon äh Tyrann Pokemon kam ganz gut also 22 yes Flammrad ja doch warum nicht ja 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 du magst mich besiegen besiegt haben aber du wirst niemals clean besiegen äh äh fairwill ja ich glaube es ist jetzt irgendwie auf Wiedersehen oder sowas ähnliches aber Arena Läufer besiegt gut jetzt gibt es zwei Möglichkeiten das ich machen kann ja komm und zwar kann ich einmal hier rüber und zwar kann ich einmal hier rüber ja jetzt steht niemand hier ach doch der stimmt hier ja rede doch du bist wirklich ein Held bitte geh voraus und besiege Klin nimm das hier als Zeichen der Anerkennung oder sowas ähnliches ok ich scheitere ich halt um den Kampf durch statt zu finden zu werden oder so ok das kann ich jetzt mal lassen ich müsste ja auch mich alles angucken ok man kann die Träne überspringen sind aber Feuertrainer deswegen die EP werde ich mir nicht entgehen lassen ich kann ja gleich mal den EP-Teiler geben die ganz unten und dann ich spieche ja genau äh ja das das Jus hätten sie einfach weglassen können und gibt es Kabuto wenn wir aus sagt sowieso das gleiche na toll ach zum Glück also es geht echt schnell mit im Wasser Pokémon Kuruto hallo der nächste oh Doppelkampf äh Wasserpool Waterpools auf das da ok Nein Wall Out das ist gut ok ok jetzt ist es sowieso besiegt aber ähm ich dachte ich soll Clean besiegen wo ist der Typ da habe ich das falsch verstanden das kann auch sein weiter äh äh Wasser Waterpools auf das wenn es falls es überleben sollte ja komm bitte das reicht nein es reicht ja überhaupt nicht aber es reicht das ja ok noch eins nein ja ok ne das manchmal geht die Tasse nicht ähm ähm es müsste eigentlich rächen ok hier runter geht es auf jeden Fall aber es scheint ja es müsste ich erstmal hier hoch aber das ist ein gutes Ende das war es mit der Folge und tschüss tschüss